Schnell, spontan und ohne Termin können sich Interessierte am Wochenende im Kreisimpfzentrum Reutlingen impfen lassen. Es stehen die Impfstoffe im BioNTech und Johnson & Johnson zur Auswahl. Am Samstag, den 24.07. und am Sonntag, den 25.07. hat das Kreisimpfzentrum von 7.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Terminfreies Impfen ist auch in den Werktagen der kommenden Woche möglich. Von Montag, den 26.07. bis Samstag, den 31.07. kann man sich von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr spontan impfen lassen.